Und damit herzlich willkommen zum nächsten Adventstürchen hier im Nestzimmer. Es ist schon das vierte und wir spielen Dark. Dark ist ein unreleased Game, wurde herausgebracht, aber, ne es wurde nicht herausgebracht, es kam nie wirklich raus. Aber gut, ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Gab es in Europa nicht zu kaufen, gab es in Japan nicht zu kaufen, eben unreleased. Aber ich fand es ganz nüchlich, deswegen. Starten wir durch. Unser Ziel ist es, dieses Ei immer nach unten zu bringen. Schaffen wir das so? Ja, genau. Aber wir müssen darauf achten. Wir können auch drüber springen, so. Das hat das Ei nicht allzu sehr von der Höhe her runterfallen lassen. Ob da ein bestimmter Höhe geht es nämlich kaputt. So einfach. So, ich finde das Ei sowieso schon sehr stabil. Ne, das sollte man jetzt tunlichst vermeiden. So, jetzt müssen wir uns hier schlauerweise ... Hat so ein bisschen was von Lowrunner oder so. Ich glaube, das haben wir jetzt schon verkackt. Ja, das haben wir verkackt. Das haben wir definitiv verkackt. Ähm, die Frage ist, würde ich jetzt ... Okay, jetzt kann ich aber nichts ... Vielleicht ... Kann ich nochmal resetten? Ne, kann ich nicht resetten. Was erwarten wir von einem unfertigen Spiel? Hm, ich werde das einfach mal das Spiel resetten. Und wir legen einfach mal direkt nochmal los. Das könnte man wohl auch zu zweit spielen. Aber gut, das ist ja der Sinn des Next Sammers. Wie gesagt, ich freue mich ja, wie ihr sagt, dass ihr auch dabei seid. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt ja auch keine Zeit oder sowas. So. Müssen wir schon strategisch ein bisschen ... ... schauen, dass wir ... ... ähm, sinngemäß die Löcher machen. ... ähm ... ... ja ... ... so ... Ah, jetzt habe ich es schon wieder versammelt. Ach komm. Es gibt ... Es gibt wirklich nicht die Möglichkeit, den ... den ... den Move zu resetten. Aber wir werden es noch ein paar Mal probieren. Aber ey, das ist ja der Spaß an der Sache mal was Neues auszuprobieren. ... ähm ... 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 Es wurde nicht ganz fertiggestellt, so wie es scheint. Definitiv nicht. Und das passiert ... ... wenn wir das Ei ... ... aus zu großer Höhe fallen lassen. Dann müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen. Ist das nicht toll? Haha. So. Bam bam ... Bam 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 bam. So. Wäre bestimmt ein lustiges, fertiges Spiel geworden. So. Wir müssen uns gar nicht allzu sehr beeilen, weil ich glaube diese Dinger, die kommen ja eh nicht wieder zurück. ... ... Warte mal, wenn ich jetzt hier ... ... und hier ... ... ... und hier ... 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 kann ja noch heiter werden. Ich würde schon sagen, zählt schon zu den anspruchsvollen Puzzlern. Ah gut, wir können zumindest hoch genug springen. Na, ihr wisst bescheid. So. Wenn wir das Ei hier nicht kaputt machen. So. 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 Müssen wir halt ein bisschen präziser sein. So. 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 Auf ein neues. Ob wir hier besonders weit kommen. Hm. Genau, weiß ich nicht. So. Aber die Idee war schon mal gar nicht so schlecht. Die warten. So. 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 So.